Moin Ex-Fertz, Sotten hier und ich dachte mir, ich mache mal ein Video, einfach komplett alles zu Kingsmatch zu coveren, hier das Gebäude, die kurzen Daten und Eckpunkte und so weiter, vor allem was Shipping angeht und die ganzen Tricks, die wir gelernt haben beim Shipping, fürs Min-Maxing etc. Was ist das Beste, was wir machen? Sollte ich jetzt irgendwie 10 Millionen schicken oder nur irgendwie 100 Weizen oder whatever? Kommt alles dran an. Wir besprechen ganz kurz generell die Stadt natürlich und wie die ganzen Gebäude funktionieren, was die Prioritäten sind und alle möglichen Sachen, die ich überhaupt gelernt habe über die letzten paar Tage halt, die ich jetzt nochmal hier consolidaten möchte aus den Updates von Tag 3 und auch von Tag 1 und so weiter. Und ich würde sagen, wir fangen mal einfach ganz normal an mit dem ersten Haupthouse hier und die generellen Informationen hierzu. Erstmal bei Johann, bei Manage Town, die Zeit, die hier angezeigt wird, ist die richtige, korrekte Zeit immer. Wenn ihr Jobs habt in Kingsmatch und diese Jobs sind fertig, dann hören die Leute auf zu arbeiten. Zum Beispiel meiner werden halt, auch wenn sie hier eingestellt sind, da steht eine Wage dran, die arbeiten nicht aktuell. Solange ich keinen Erz habe, verbrauchen die auch kein Gold. Das gleiche geht auch für Disenchanter und für alle anderen Leute. Der einzige Unterschied hier ist bei den Smelterns zum Beispiel halt, die Leute, wenn die fertig sind mit ihren Barren, dann helfen die anderen dementsprechend aus, die Barren zu schmelzen. Das ist einzig allein relevant für Verisium. Oder für Verisium, sorry, ich sage mal Verisium. Für Verisium. Weil ihr braucht am Ende der Stadt ein bisschen Verisium Awe, um verschiedene Gebäude zu upgraden. Und wollt darauf achten, dass wenn ihr bei diesem Schritt seid, ihr die Awe sammelt und hier keine Smelter drin habt, in irgendeinem Job, weil sobald die vier hier fertig sind, werden die Verisium schmelzen. Und das ist natürlich ein Problem, das sollt ihr versuchen zu verhindern. Ansonsten ist die Prio auch generell hier, ihr wollt das Townhouse oder die Recruitment-Geschichte hier so schnell upgraden, wie es geht. Neben anderen Sachen, wir kommen gleich zu, was noch eine höhere Priorität hat. Aber die Dinger sind relativ wichtig, weil wir hier halt bessere Arbeiter bekommen. Bessere Arbeiter heißt, die sind schneller, die kosten auch ein bisschen mehr, sind aber generell effizienter. Höhere Rang ist eigentlich immer besser. Und ihr wollt später darauf achten, dass ihr mindestens in jedem Gebäude einfach Leute habt von Rang 7 oder höher. Das ist meiner Meinung nach zumindest der Cut-off-Point, wo die Leute wirklich besser werden, einfach von der Effizienz auch hier halt. Und dementsprechend, das ist die Sache, die ich auf jeden Fall pushen würde. Vor allem, weil diese Townhouse auch darüber entscheidet, was für Sachen ihr bauen könnt. Und sowas wie Desenchanting und Map-Branding zum Beispiel sind sonst nicht verfügbar, wenn ihr das Ganze nicht upgradet. Dann zum Recruiter hier. Ich persönlich finde, dass ich lieber mit normal Reroll arbeite. Wenn ihr Infinite Gold haben solltet, würde ich wahrscheinlich eher mit dem Quality-Dingens arbeiten. Aber tendenziell habe ich nicht so viel Gold übrig, dementsprechend. Also ich habe schon eine gute Menge an Gold, aber einfach nicht so viel Gold, dass ich einfach jedes Mal das hier einfach durchreiten kann mit High Quality. Aber es tendiert dazu, irgendwie mehr oder weniger das Gleiche zu sein. Ich finde, hier bekomme ich so knapp 20.000 bis 19.000 Gold. Einen ziemlich guten Recruit. Und hier bezahle ich einfach mehr. Das ist, glaube ich, einfach so eine Sache, wie auch man das sehen möchte oder wie man das halt selbst auch percivt hat. Wie das sich anfühlt für einen. Ich persönlich bin ein Freund von einem normalen Reroll, aber der soll auch ganz okay sein. Ich finde es ein bisschen zu teuer einfach nur. Ansonsten weiter hier. Kommen wir kurz mal zum Mining. Und zwar ist meine Meinung nach die erste Prio, die ihr angehen solltet, wenn ihr eure Town upgradet. Und wenn Mining Level 11 gibt euch, oder Level 11, tut mir leid, ich habe letztes Mal schon 11 gesagt, da wurde ich schon mal im Chat geflamed. Mining Level 11 gibt euch den großen Vorteil, dass wir hier für jede R, die wir markieren in unseren Maps, Gold bekommen. Das ist einfach pro Vorkommen mehr oder weniger 1.000 Gold. Also Pi mal Daumen. Das bedeutet, in Endgame-Apps oder in T16-Apps bekommt ihr meistens pro Map einfach 2.000 Gold einfach so. Die sind einfach so da und die bekommt ihr gratis dazu. Und das ist meiner Meinung nach die größte Priorität, die ihr haben wollt in der Stadt. Vor allem, wenn ihr natürlich sehr viel auf Mining auch aufbaut. Weil ihr müsst die bestimmten Ores haben, um die zu barren zu schmelzen, um eure ganzen Gebäude zu upgraden. Dementsprechend ist Mining meiner Meinung nach die größte Prio in der Stadt. Das Ganze ist dann natürlich gefolgt von Sachen wie Farmern. Weil beim Farming ist es die last coole. Die sind immer aktiv und die braucht ihr auch immer, weil Crops sind relevant fürs Shipping später. Und es ist auch die einzige Ressource, die uns Currency gibt beim Shipping. Dementsprechend ist Farming meiner Meinung nach die höchste Prio hier, weil ihr einfach nichts mehr braucht. Die könnt ihr einstellen, die könnt ihr richtig gute Farmer einstellen von Rang 9 oder von Rang 10. Und die sind eigentlich immer effizient. Die kosten allerdings auch am drittmeisten von all den Berufen. Die teuersten sind Mapper, die zwei teuersten sind Disenchanter. Und die 4.000 sind, glaube ich, Smelter gewesen. Aber ja, Crops, relativ easy. Mein Layout hier, für was ich persönlich angehe, ist folgendes. Ich habe in der Mitte immer zwei Crops für die besten Sachen. Wer kann das hier mal kurz sehen. Aber aktuell hier hat Korn und Weed drin, weil es die Sachen sind, die ich am meisten auch vor allem brauche. Und aufgrund der Upgrades, die wir hier bauen können, empfehle ich dieses Layout hier. Ich gehe immer hin mit den beiden Sachen. Bei mir sind jetzt einfach hier die besseren Leute drin. Sondern in dem Feld dementsprechend packe ich die besten Leute mal hier rein. Weil die bekommen Boni pro angrenzendes Crop-Feld, was verschiedene Sachen anbaut. Den waren wir hier an Blue Xanthium. Ich würde wahrscheinlich die noch gerne tauschen wollen. Einmal das Orgert hier unten hin und das Blue Xanthium da. Ich brauche das gerade, weil ich hiervon ein bisschen mehr produzieren muss. Und da sind einfach bessere Leute drin. Tut aber nicht zur Sache. Theoretisch würde ich hingehen wollen und hier das Orgert reinmachen. Und da das Blue Xanthium. Und das wäre theoretisch mein perfektes Layout jetzt aktuell. Weil wir jetzt haben jetzt hier den Vorteil, Corn ist ummantelt von Blue Xanthium und von Orgert und von dem Weed. Und Weed dementsprechend halt hier von Corn, Corn und Blue Xanthium. Wenn ich jetzt hier das Corn ändern würde gegen was anderes oder hier das Corn ändern würde gegen was anderes, wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen besser, einfach um mehr Diversität zu haben. Ich würde wahrscheinlich einfach hier hingehen und das Corn oder das Blue Xanthium gegen Pumpkins tauschen. Dementsprechend braucht aber gerade das Corn einfach deutlich mehr. Dementsprechend habe ich das einfach so eingestellt. Weil Pumpkins habe ich einfach nie gebraucht. Ich habe so viele von den Dingern. Ich habe die bisher noch mal keinen einzigen Trade nutzen können, so wirklich. Und dementsprechend habe ich es so gemacht. Aber normalerweise wollte ich das so einrichten, dass ihr halt die ganzen Sachen anbaut. Eins müsst ihr doppelt haben. Bei mir ist das meistens ein Blue Xanthium oder sowas, weil ich das auch relativ häufig benötige. Aber nicht so häufig. So, kommen wir zum nächsten. Das sind meine beiden Hauptplots. Nur nochmal, um das fertig zu haben. Kommen wir zum Smuffing ganz oben, ganz schnell hier. Habe ich davon schon erklärt. Die Dinger übernehmen Jobs von anderen Leuten. Und ich persönlich priorisiere meistens hier halt wirklich natürlich dann dementsprechend die ersten Jobs. Wenn ich jetzt Leute einstellen könnte. Ihr seht gerade, ich habe hier unten wesentlich mehr drin. Das liegt daran, dass ich einfach damals, als ich die Dinger noch drinne hatte, wo ich die wirklich gebraucht habe, halt, hatte ich sehr viel Bismuth und sehr viel Varysium zu schmelzen. Wegen dem Boston Map. Das ist ein Starfall Crater. Der gibt ja eine insane Menge von dieser Or. Und Bismuth war irgendwie einfach random, einfach fünfmal ineinander da. Keine Ahnung. Bismuth, by the way, in der Map gibt euch ein Boni auf Mobs. Mobs bekommen Modifier dazu. Das bedeutet, die haben auch mehr Quantity und Rarity. Das ist so ein kleiner AMF-Buff. Nicht viel jetzt, aber es ist schon ein bisschen was. Vor allem für Gold-Drops. Sprich, wenn ihr Bismuth in der Map habt. Und ich weiß, das ist ein bisschen nervig, weil diese Stürme und so weiter tun echt scheiße. Wie am Anfang, wenn man noch nicht wirklich tankig genug ist dafür. Aber ich kann nur empfehlen. Ich merke gerade meine In-Games sonst noch an. Ich kann nur sehr, sehr stark empfehlen, dass ihr hingeht und Bismuth early anklickt. Einfach für das bisschen mehr Gold. Ich sage mal, das Pi mal Daumen so zwischen 30 und 50 Prozent mehr Gold für alle Rares und Blue-Mobs. Ich glaube, es müssten Rares und Blue-Mobs sein, die davon gewafft werden. Normal-Monsters sind davon nicht beeinflusst. Und auch nicht Monster, die aus anderen Mechaniken kommen. Zum Beispiel Legion und so weiter. Die sollten davon, glaube ich, auch nicht beeinflusst werden. Rune-Smithing-Table ist eine Sache, die ihr einfach nach und nach upgraden müsst. Ihr braucht aber die Runen von der Progression. Die habe ich hauptsächlich bekommen von dem Piraten-Boss, wo ich gleich zu kommen werde. Weil den kann man richtig geil exploiten, ohne es wirklich zu exploiten. Also wir nutzen einfach nur normale Spielmechanik aus. Da komme ich aber gleich dazu. Das ist aber eine Sache, wo ihr Sachen upgraden könnt. Ich persönlich habe es am Anfang nur genutzt für den Flat-Damage auf verschiedenen Items. Zum Beispiel den Flat-Lightning-Damage oder sowas auf einem Schwert, etc. Und das war sehr, sehr entspannt gewesen. Auf jeden Fall einfach für ein kleines bisschen mehr Power. Für halt eine von diesen Runen. Später allerdings kommen wir auf Sachen, zum Beispiel wie die Power-Runen zu sprechen. Die halt insane sind. Für einige sehr, sehr, sehr starke Crafts. Zum Beispiel das hier einfach. Increased Fire-Damage. Bei 1% Fire-Rest über 75. Das ist komplett gottlos für einen Chief-Din. Ich meine, wenn ihr einfach halt hingeht und ihr habt 100% Fire-Rest über 75, also 175% Fire-Rest dann dementsprechend, dann kommt ihr einfach bei einer Max-Roll. Also so viel Damage, das ist komplett gottlos. Ich habe keine Ahnung, wer das durchgewogen hat, aber das ist halt absolut insane für alle möglichen Chief-Din-Builds, die halt irgendwas mit Richtung Fire-Din-Bilds machen, was eigentlich so ziemlich jeder Chief-Din-Build ist. Und die haben auch alle insane für Fire-Rest, weil das halt natürlich auch die anderen Rests covered und so weiter. Aber es ist wirklich insane. Und andere Sachen, zum Beispiel hier, wie der Return-Projector. Crafts ist natürlich hier sehr teuer mit 15 Power-Runen und Nummer 44 Mountain-Runen. Ist saftig. Ich glaube, Bounty waren die, die ein bisschen more common waren, aber Mountain ist auch schon ein bisschen seltener. Das ist insane. Weil eine von den Runen kostet einen Trade gerade aktuell 100 CP mal Daumen. Aber ja, ist wirklich heftig. Aber die könnt ihr einfach nach und nach upgraden. Ich verpasste hier nicht wirklich was, weil solange ihr die Runen nicht habt, könnt ihr es auch nicht upgraden. Aber ja, dazu kommen wir gleich, wie man die Runen am besten bekommt. Ganz kurz nochmal Disenchanting. Disenchanting ist nicht so wirklich ultrahoher Prio. Ihr könnt das nach und nach ganz in Ruhe angehen. Es ist nicht wirklich so wichtig, das zu pushen. Ihr seht, mein letzter Upgrade-Schuppe fehlt hier noch. Liegt aber daran, dass ich ein bisschen arm bin und ich es nicht wirklich brauche. Weil ich kann jetzt Uniques disenchanten. Uniques geben auch eine Menge. Das ist zwischen 2 bis, Pi mal Daumen, so 50.000 pro Item. Je nachdem, was für eine Seltenheit das hat. Es gibt eine Liste, die panke ich auch in die Beschreibung nochmal rein. Hoffentlich. Wo die Unique-Item-Tiers gelistet sind. Von Tier 5 bis Tier 0. Tier 0 sind Sachen wie Mageblood oder halt auch, witzigerweise, der Squire hier. Die so und so viel Disenchantment-Dust geben einfach, wenn sie halt reingepackt werden. Je nachdem, wie hoch die Seltenheit der Items sind. Und dementsprechend hier mit normalen Rare-Items, die ich einfach aus den Schiffen bekomme und von meinen Mappern, kann ich den komplett überfüllen. Das ist gar kein Problem. Dementsprechend brauche ich das Upgrade nicht so sehr. Und wenn ich irgendwann einfach genug Gold überhabe und sage, okay, habe ich jetzt Bock drauf, dann mache ich das und schmeiße meine ganzen restlichen, überschüssigen Unique-Items da rein. Aber ansonsten ist es nicht so wichtig. Auch wie halt hier, ich habe viel zu viele Leute drin. Ihr könnt theoretisch auch mit einem komplett klarkommen. Ich hatte einfach ein paar Disenchant-Er vom Rerollen gefunden. Hab die reingeklatscht und gut ist. Wenn die nicht Disenchanten, dann kosten die auch kein Geld. Gut, Recombinator, Tier-DR, nutzt es aber erstmal nicht. Das Ding ist irgendwie richtig, richtig krank genervt worden. Alles, was ich bisher gehört habe davon, ist einfach nur ultra schlecht. Es ist relativ teuer auch vor allem und ich würde es erstmal nicht empfehlen. Ihr wollt aber, wenn ihr Recombinator, auf jeden Fall mit dem Max-Rank recombinaten. Ansonsten lohnt sich das nicht. Was ich bisher so mitbekommen habe, so Tier-DR zum Crafting. Ihr wollt sicher gehen, dass euer Item die hohen Mods hat, die haben wollt. Also zum Beispiel sowas wie T1-Flat, bei meinem Bit zum Beispiel, wenn ich ein Schwert haben würde, würde ich halt ein Schwert haben wollen mit T1-Flat-Lightning, das andere mit T1-Flat-Code-Fire zum Beispiel. Und alle anderen Mods sollten so low wie möglich sein. Also die schlechtest possible Tiers, was auch immer von den Dingern geht. Wenn ich jetzt Rest hätte, würde ich komplett Bottom-Tier-Rest, so 3% Resistance oder sowas halt. Einfach nur, damit ich halt sicher gehen kann, dass ich die höchste Chance habe, dass diese Sachen übernommen werden. Wie hier, Reral Modifiers are more likely to be retained. Aber ansonsten ist es nicht mehr wirklich so geil, wie es vorher war, wie man es halt manipulieren konnte, wie wir es halt kannten. Ich denke, dazu kommen aber in den Tagen noch mehr Infos. Und wenn ich mehr darüber weiß, werde ich auch nochmal ein Video machen zum Recombinaten. Dann das Mapping hier. Ganz einfach gesagt, alles oder nichts. Alles oder nichts. Mapping ohne Max-Rank hier drinnen ist komplett useless. Wirklich, wirklich alles, was ihr reinpacken könnt, was keine Elk-T16-Map ist, ist komplett shit. Es ist absolut insane. Ihr könnt natürlich lucky sein. Und ich weiß, dass die Leute in den Kommentaren wieder schreiben würden, die sagen, oh, aber ich habe hier eine T1-Map reingemacht und habe dann ein Mage-Blood und ein Headhunter und 10 Mirror rausgezogen, weiß ich nicht was. Ja, das ist cool, aber es passiert in der Regel nicht. Ich habe hier wirklich viele Maps reingeballert von Whites, Yellows und auch Lower-Tier-Red-Maps und so weiter. Und alle Garbage. Es ist wirklich so Trash-Loot. Und das andere Problem ist, wenn ihr nicht sechs Mapper hier drin habt, dann seid ihr verloren. Ich kann es wirklich nur sagen, mit sechs Mappern, easy. Ein Prozent Chance to be killed ist auch nicht unbedingt geil, weil die Typen sind unfassbar teuer in der Anschaffung und auch im Retainment. Also für die Kosten, die wir halt haben pro Stunde. Wenn ich jetzt einen rausnehme hier, dann droppt meistens meine Chance direkt auf acht Prozent hoch. Wenn ich jetzt noch einen rausnehme, dann bin ich direkt schon auf 15 Prozent. Und da kann ich es ja vergessen. Wenn hier nicht ein Prozent steht, dann packe ich die Leute da nicht zur Arbeit und mache hier nichts. Absolut unter wirklich gar keinen Umständen. Ansonsten denkt dran, hier, ich aim so ein bisschen immer auf die Quantity von den Maps halt. Ich elke und go die ganzen Sachen. Ich packe meistens Maps rein mit 50 bis 70 Prozent Quantity. Ihr seid hier jetzt halt 90 Prozent. Geht noch, weil meine Map-Rines sind wirklich gut. Gut, wenn die nicht so gut wären, dann würde ich hier auch 10 Prozent Death Chance stehen. Dementsprechend, pack da einfach irgendwas rein. Das ist meistens komplett fein. Irgendeine Elke und go Mip ist vollkommen in Ordnung für die und sollte eigentlich kein Problem darstellen. Aber bitte, bitte, tu mir gefallen. Pack dir wirklich nur sechs Leute rein, die einen hohen Ranker haben. Ansonsten vergesst es. Das ist eine ultra kranke Goldsink. Und die würde ich wirklich nicht pushen, bis ich halt mehr als genug Gold habe. Ansonsten, es lohnt sich einfach nicht. Es ist komplett useless. Kommen wir zum Wichtigsten. Und zwar zum Shipping. Ja, Shipping hat noch ein paar mehr Nuancen. Ich habe darüber schon ein paar Mal Videos gemacht. Und ich möchte nochmal reiteraten oder mich wiederholen. Ignoriert Shipping zum größten Teil, was die großen Shipments abgeht, angeht eigentlich immer. Nicht nur early, sondern auch im Endgame. Ich habe in meinem ersten Video an Day One gesagt, dass ich Shipping sehr, sehr lackluster finde. Daran hat sich absolut nichts geändert. Shipping ist immer noch komplett Dogshit. Da haben wir ein paar Sachen rausgefunden. Und zwar folgendes. Ich würde immer davon absehen, riesige Shipments zu schicken. Das hat einen einfachen Grund. Beim Shipping haben wir Diminishing Returns beim Dust. Das kennen sicherlich alle. Es gibt die Breakpoints, die wir haben. Von 519 und von 8104. Zumindest nach dem Testing müsste das genau richtig sein. Wir können mal reingucken, ganz kurz, mit denen ihr die Zahlen seht. Wenn wir jetzt hier reingehen und ich schicke halt 100 Weed rein, dann schicke ich die für 1200 rein. Wenn ich das Ganze mit dem Dust mache, dann schicke ich die für 3600 rein. Das ist genau dreimal die Value. Wenn ich das 519 rein schicke, ist es genau zweimal die Value. Oder nicht ganz, aber mehr oder weniger. Und ihr seht halt hier, dass die Diminishing Returns bei den Dingern sehr hoch sind. Sprich, wenn ich jetzt immer mehr Dust reinpacke hier, dann geht der Wert nicht wirklich hoch. Sondern für viele hundert Dust bekomme ich nur einen Punkt. Was ich jetzt machen werde, von jetzt an, ist folgendes. Ich applye hier immer 8104 Dust. Ich werde immer 8104 Dust mitnehmen, weil danach, also davor, wenn ihr seht hier, bekommen wir halt immer nochmal einen Punkt dafür pro Dust oder pro Paar Dust. Bekommen wir halt hier einen Punkt, je nachdem. Und wenn ich jetzt mal mehr reinpacke, dann passiert da nicht wirklich viel. Sprich, wir machen einfach 8104 rein. Das ist der höchste Multiplikator, sozusagen, den wir erreichen können von mal 3. Und danach sind die Diminishing Returns unfassbar hoch. Also ich kann wahrscheinlich jetzt 1000 Dust reinpacken, ohne auch nur einen Punkt mehr in der Value zu bekommen. Und Dust habt ihr mehr oder weniger genug. Sprich, diese 8000 sollten gar kein Problem sein. Das nächste, was ich mache, ist, ich applye die Regie auch hier bei den ganzen anderen Ressourcen. Und denke mir, okay, wenn ich das mache mit dem Dust, schicke ich auch hier dementsprechend die Ressourcen, also 519 für den zweiten Breakpoint von 2,5 Mal. Denn auch diese Sachen haben Diminishing Returns. Woher wissen wir das? Relativ simpel. Wenn ich jetzt hingehe und ich schicke ein Shipment los mit komplett alles auf Anschlag, so viel, wie ich nur irgendwie möglicherweise schicken könnte, denn wir machen alles auf Max, und ich schicke jetzt dieses Schiff, oder ich würde jetzt dieses Schiff losschicken mit 45 Millionen, bekomme ich in diesem Schiff 10 Mal so viel wie in einem Schiff von 4,5 Millionen oder 100 Mal so viel wie in einem 450K-Schiff? Absolut nicht. Absolut. Oder wirklich no way. Und dementsprechend haben die Sachen auch hier Diminishing Returns. Die ganzen Ressourcen hier sollten alle Diminishing Returns haben. Für alle, die nicht wissen, was der Term heißt, das ist ein normaler Spielterm, einfach da geht es darum, dass wenn ich mehr investiere, ich nicht wirklich mehr zurückbekomme. Also es ist halt ein exponentieller Abfall von der Value, von den ganzen Sachen. Und dementsprechend müssten die sich an der gleichen Kurve orientieren, wie der Dast. Sprich, bis 8000 ist es okay, nach 8000 ist es nicht mehr gut. Ihr könnt jetzt folgendes machen. Ich persönlich gehe mit 519 rein. Ihr könnt auch einfach 1000 reinpacken oder 1250 machen, auch einige Leute für die Ressourcen. Und die würde ich halt reinschicken. Und das sollte eigentlich normalerweise genügen. Ihr könnt auch hier halt mehr schicken, als ihr nicht braucht. Ich zum Beispiel schicke jetzt immer einfach normalerweise nach Ribbonfell, weil hier bekommen wir Runen. Hier bekomme ich Tattoos. Tattoos will ich nicht. Ich möchte Runen haben unbedingt. Dementsprechend schicke ich immer dorthin. Die Sachen nach Cargo, wenn man eine zweite Wahl, die dauern auch viel zu lange, weil Cargo ist halt arschweit weg. Das heißt, ich muss stundenlang warten. Das gleiche gilt auch dann dementsprechend für Pondium. Und ich schicke immer nach Ribbonfell, weil, wenn ich Schiffe losschicke, hat jedes Schiff, egal welcher Sailor drin ist, egal wie viele Sailor drin sind, egal was für ein Shipment drauf ist, egal what, hat immer eine komplette, feste Chance, dass die von einem Piraten attackiert werden. Und das Geile an den Piraten ist, der ist unserer Ultra Money Source. Der Typ droppt jedes Mal bei den Kilt 44.000, 45.000 Goldpimadaumen und eine Menge Runen. Unter anderem auch die Power Runen. Sprich, über den Typen fange ich mir die ganzen High-Tier Runes und schicke diese Schiffe einfach nur komplett immer wieder hin nach Ribbonfell mit dem minimalen Shipment, was sozusagen das effizienteste Shipment ist dementsprechend. Und das ist meiner Meinung nach die aktuell zumindest beste Strat dafür, weil alles andere lohnt einfach nicht, bevor wir nicht irgendwie einen Patch bekommen, der das Ganze ein bisschen bufft, weil Shipping einfach noch nicht wirklich da ist. Es ist nicht wirklich geil von den Rewards. Und ich mache jetzt einfach immer das, zack, 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 schicke die alle drei los und dann bin ich fertig und warte und hoffe, ich hoffe darauf, dass ein Pirat kommt und eins meiner Schiffe kapert. Denkt auch noch dran, wenn ihr die Schiffe so losschickt mit einer Person drauf halt, es kann durchaus vorkommen, dass eure Leute einfach da bleiben und ein neues Leben starten oder sowas, halt irgendeinen Schwachsinn. Das passiert einfach ab und zu mal. Da müsst ihr neue Leute nachhunden. Dementsprechend würde ich einfach empfehlen, auch immer einige von den Shippern Reddits haben als Ersatzleute dafür. Das wird früher oder später sicherlich mal vorkommen. Aber das ist meiner Meinung nach die absolut effizienteste Strat, eure Ressourcen zu nutzen. Und wenn dann der Patch kommt, kann man natürlich die Sachen, die man hier stockpilt, irgendwann einfach komplett alle rausgieten und sich einen Reibach verdienen. Und ja, das ist so mein gruber Guide. Und nochmal eine kurze Sache halt zum Goldfarming. Und zwar, ich habe ja schon mal erklärt, wie ich ein bisschen Gold farme und so weiter. Ich reiteriere jetzt einfach nur die ganze Information, die ich jeden Tag stündlich am Stream wiederhole. Und zwar, beim Farming von Gold gibt es verschiedene Wege, das zu machen. Generell heißt es aber, dass ihr immer die Natural Mobs farmen wollt. Ihr wollt nur die natürlichen Monster einer Map farmen. Das heißt, Leakmechaniken wie jetzt Legion oder Breach auch oder irgendwas anderes geben euch nicht wirklich viel Gold. Die Mobs, die da gespawnt werden, geben nicht viel. Ritual ist noch okay. Da kriegt man auch so 500 bis 1000, glaube ich mal dann, pro Ritual Altar. Also ist das noch wahrscheinlich eine der besseren Mechaniken. Aber das sind halt auch wieder Sachen mit halt Natural Monstern. Weil Ritual halt natürliche Monster auf der Map auch mitspawnt. Das gleiche gilt für Sachen wie zum Beispiel Schreine. Also für Domination Sachen. Die spawnen das genauso. Und was ich normalerweise mache, ist, ich gehe halt rein mit meinem Bossing-Altas in dem Fall halt für sehr viel Quant, sehr viel Map-Effekt und alle möglichen Map-Effekt-Dinge, damit ich so viel Quantity auf meiner Map bekomme wie möglich. Weil Quantity und Rarity sind die einzigen Sachen, die wirklich skalieren. Oder Quantity vor allem sind die einzigen Sachen, die wirklich skalieren. Dieses Gold, was Gegner halt droppen. Dementsprechend gehe ich damit komplett rein und ich gehe mit Unending Nightmare rein und mit Descent into the Map. Das ist, weil ich einfach so schnell wie möglich den maximalen Delirium-Effekt habe. Natürlich sorgt das dafür, dass ich hier dann Maps habe, die sehr schnell im 100% Daily-Bereich sind. Aber ich bekomme das meiste Gold wieder. Hier ist auch der Punkt, auch das hat Dimension Returns. Natürlich, wie auch alles gefühlt in der Mechanik, hat das Dimension Returns, was ein bisschen nervig ist. Dementsprechend könnt ihr auch ohne das reingehen einfach normal spielen, also ohne Unending Nightmare. Ihr könnt immer noch Descent in Madness nehmen, aber halt je nachdem, wie ihr es wollt, könnt ihr das auch ohne das Ganze spielen, wenn ihr es aber nicht schafft oder wenn es einfach zu hart ist. Und nutzt die Altare, also in dem Fall Exac-Altare oder ITER, je nachdem, was ihr lieber spielen wollt, für die Quantity-Buffs, die die Altare geben können, unter anderem. Und das ist dann sozusagen das Effizienteste, was ihr machen könnt. Und das Ganze mache ich am liebsten auf Sachen, jedes Layout hat so ungefähr seine eigene Value on Gold, die ihr bekommen werdet. Sprich, wenn ich City Square spiele, bekomme ich jedes Mal quasi garantiert halt 12 bis 13k Gold, wenn ich dann auch mal auf Elk & Go laufe mit meiner aktuellen, mit meinem aktuellen Atlas mit Deli, weil Deli hat halt einen Quant-Buff. Ich weiß nicht, wenige Mobs haben, sondern wirklich nur wenige Quant-Buff auf alle anderen Sachen, die natürlich in der Map spawnen. Und das sind die effizienten Strat Elk & Go, so schnell wie ihr könnt, am besten halt kleinere Layouts. Vielleicht Sachen wie Atoll jetzt nicht so, weil Atoll hat einfach nicht so viele Rares. Ihr wollt gucken, dass ihr so viele Rares und Magic Mons wie möglich töten könnt und bestenfalls schnell halt an die 1, 2 Mineral Deposits rankommen. Vor allem kann man jetzt gerade noch ein Hotfix, der Goldroops vor allem von diesen Deposits deutlich erhöht hat. Und ja, das ist pretty much alles, was ich so glaube ich dazu weiß. Ich habe nichts vergessen. Eine Sache noch, Achtung Flashbang, es gibt so Sheets, die habe ich auch in der Beschreibung drin, und zwar für das Shipment. Die ganzen Sachen hier, wo genau steht, was ihr von welchen Sachen bekommt, wo ihr was herbekommt und so weiter. Und das packe ich euch auch in die Beschreibung natürlich nochmal rein. Und ja, das ist soweit alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls noch irgendwelche Fragen offen sein sollten für die Mechanik, schreibt es in die Kommentare unten rein, oder kommt einfach mal mit dem Stream vorbei und fragt mich direkt halt. Ich kann euch hoffentlich eine sehr gute und präzise Antwort geben und fasse mich nicht wie immer viel zu lange. Und ja, that's it, Exats. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch einfach auch geholfen, viel mehr. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Stay sane und bye-bye. Ciao.